Hallo, ich bin Caro von Raya. 1, 2, 3. Selber Zahlen gießen ist keine Hexerei. Mit unserer Silikongießform Zahlen 0 bis 9 hast du alles, was du dafür benötigst. Wähle noch dein Gießpulver. Geeignet sind Raisin, Kreativbeton, Schmuckbeton oder Gießharz. Die Form beinhaltet die Zahlen von 0 bis 9, das Unzeichen und ein Pluszeichen. Die Zahlen haben eine Höhe von 4,8 cm und eine maximale Breite von 4 cm. Du entscheidest, wie viel Gießmasse du verwendest und bestimmst so die Stärke der Zahlen. Dank des robusten und dennoch flexiblen Materials ist das Gießen und Entformen ganz einfach. Ich zeig's dir mal. Achte darauf, dass deine Form sauber und staubfrei ist. Gießmasse anrühren und einfüllen. Jetzt musst du nur noch warten, bis die Masse getrocknet ist. Dann entformen. Die Gießform kannst du mit warmem Wasser und bei Bedarf mildem Spülmittel reinigen und so kannst du sie immer wieder verwenden. Egal ob zur Kartengestaltung, als Geschenkanhänger oder Deko. Werde kreativ, denn Kreativsein macht glücklich und alles, was kreativ macht, gibt's von uns. Eure Caro von RAYA. Eure Caro von RAYA. 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 Untertitelung des ZDF, 2020